Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer sich hier im Hause überflüssig macht oder nicht, das entscheidet Gott sei Dank der Wähler und nicht Sie, Herr Kollege Ott. Und da war er wieder am Schluss der dritten Runde, der gleiche Jochen Ott wie am Anfang. Laut, polemisch, unverschämt. Unverschämtheiten sind Unverschämtheiten, egal ob laut oder leise. Die Methode Ott, möglichst viel Dreck in den Ventilator schmeißen, in der Hoffnung, irgendwas bleibt hängen, meine Damen und Herren. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen an dieser Stelle. Das lassen wir Ihnen an dieser Stelle nicht durchgehen. Die Wahrheit ist doch, nach anderthalb Stunden Debatte, Ihnen ging es doch gar nicht um die Kommunalfinanzen. Ihnen ging es doch gar nicht um die Probleme der Kommunen. Sie haben lediglich einen Anlass gesucht, um auf die PK des Ministerpräsidenten von heute Abend in irgendeiner Form heute Morgen zeitnah zu reagieren. Die war abgeschlossen, Herr Kollege Ott. Der Ministerpräsident war da. Ihr Inhalt war daneben an der Stelle. Ihr Inhalt war daneben. Weder das Format noch der Inhalt Ihrer aktuellen Stunde waren es wert. Er hat Ihnen hinlänglich genug zugehört. Es kam ja nichts mehr. Es kam ja nichts mehr. Weder in der zweiten noch in der dritten Runde. Nichts Inhaltliches. Ihr Versuch ist daneben gegangen. Ihr Versuch ist kläglich gescheitert. Sie haben weder die inhaltliche Größe noch das Format, den Ministerpräsidenten an dieser Stelle heute Morgen Paroli zu bieten. Das halten wir fest. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020